Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich hatte ja versprochen, sobald es eine Meldung im Forum seitens MBB gibt, beziehungsweise halt der Dennis, auch AK Hummel im Kettle & Crops Forum. Ja, das Statement gab es gestern, am Sonntag, 15.08. am frühen Nachmittag, nach den Aufnahmen. Also ich habe ja frühmorgens schon aufgenommen und am Nachmittag kam dann das Statement. Ja, ich kann mal kurz zusammenfassen. Also er hat die Zeit, also das Ende der Woche quasi voll ausgereizt. Einfach aus dem Grund, er war nicht ganz fit. Also im Prinzip ein bisschen krank. Und ja, zum Community-Projekt, ich lese einfach mal hier kurz vor. Es gibt noch keinen konkreten, festen und belastbaren Masterplan, wie das Projekt aussehen wird. Sicher ist aber schon, dass eine Veröffentlichung des Quellcodes oder die Möglichkeit, das Projekt auf Open Source umzustellen, nicht möglich ist. Der Lizenzvertrag, den wir für unsere Engine haben, macht das unmöglich und erlaubt einen Quellcode-Zugriff nur Mitarbeitern von MBB. Das ist auch etwas, was schon öfters im Forum angeklungen ist, dass die Engine, auf der das Ganze läuft, kein Open Source Projekt ist und auch entsprechend das Ganze nicht zulässt, also auch nicht zulassen wird. Und das bestätigte Dennis hier in dem Fall. Die ersten Schritte für das Community-Projekt, die er machen möchte, ist die Aufarbeitung und Bereitstellung der noch nicht veröffentlichten 3D-Modelle. Für den Zweck, dass im Prinzip, wer Interesse hat oder gute Modder im Forum, wenn sie Fans Interesse haben, dass die Projekte oder die Modelle im Prinzip fertigstellen dürfen, können, wenn sie denn möchten. Es sind also einige Fahrzeuge und Anbohrgeräte, die da produziert sind oder angefangen sind und die es aber noch nicht ins Spiel geschafft haben. Die Modelle sind wohl in recht unterschiedlichem Zustand. Einige sind komplett fertig lackiert und man müsste sie nur noch im Editor mit den entsprechenden Funktionen ausstatten. Andere müssten noch quasi lackiert werden und bei einigen müssten auch noch Normal-Maps, AO-Maps und Ähnliches gebaked werden, schreibt er da. Sagt mir persönlich jetzt gerade nichts, weil ich bin kein Modder. Im Anschluss daran wird er sein Wissen zur Weiterverarbeitung der 3D-Modelle mit uns teilen und behilflich sein, diese Modelle ins Spiel zu bringen. Oder so ist seine Idee. Und parallel zur Veröffentlichung der 3D-Modelle wird er sich in den kommenden Wochen den Multiplayer nochmal genauer ansehen und prüfen, ob die technischen Hürden, ob er die meistern kann und ob er grob abschätzen kann, ob sein kleiner Traum, Weihnachten mit dem Forum oder mit der Community eine Runde Kettel und Kropse Multiplayer zu spielen, möglicherweise realistisch ist. Ja, das sind doch schon recht konkrete Ideen im Großen und Ganzen. Und dann schreibt er hier noch, es gibt noch zwei weitere Baustellen, die ohne Programmierarbeiten möglich sind. Das eine wäre die Erstellung von Maps. Da hat sich auch im Forum schon einer gemeldet, dass er eine Map machen möchte, beziehungsweise das Integrieren der zweiten Map und die Erstellung von Missionen und Kampagnen. Missionen und Kampagnen gibt es ja auch noch nicht. Ist auch so ein Thema, was natürlich noch sehr fehlt in Kettel und Krops. Aber das sind beides Themen, die er wohl etwas nach hinten schieben möchte. Also ich vermute mal, dass jetzt erstmal halt von den Planungen her erstmal die Modelle noch kommen, die oder kommen sollen, sofern die Community da mitmacht, die noch nicht fertig sind. Dass da entsprechend mehr Modelle ins Spiel kommen, mehr Fahrzeuge, mehr Anbaugeräte. Und anschließend dann vielleicht noch das Thema Map, beziehungsweise halt Erstellung und Kampagnen. Ja, das war es ganz grob, was er dazu im Forum geschrieben hat. Und ich finde es eine ganz gute Idee. Ich persönlich kann selber nicht groß was dazu beitragen, weil wie gesagt, ich bin kein Modder. Aber es gibt einige Leute in der Community, die gute Erfahrungen mit, oder gute Erfahrungen im Modding haben. Die da wissen, was sie tun und die wohl auch schon Mods für Kettel und Krops erstellt haben. Und wohl auch durchaus bereit wären, da mitzuwirken. Ja, ich bin gespannt, was draus wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.